Stuck! Jawohl! Also Leute, da unten ist ein Roller mit einem Elektro. Ich glaube, das unter dem Baum ist nicht gut. Den habe ich drauf. Also das ist sicher da unten. Lass ihn doch. Hatte ich gerade einen Roller weniger. Das ist ein Stück. Also das ist schon mit Bums, das hat richtig Bums. Jetzt gehen wir mal wieder. Ich bleibe noch ein wenig stehen, bis es zu arg wird. Und dann setze ich mich auch hin. Boah! So kassig bist du. Jetzt wird es laut. Ich hoffe es. Es gießt stärker. Leute, das ist doch nur noch absurd. Die haben Schaukel dahinter. Du leck mich am Arsch. Da ist eine Stufe drin. Das Ding ist, der Roller da oben hat schon wieder ein Warnlicht eingezeigt. Das ist nicht mehr normal. Ja, geil. Und wie das kam. Jetzt geht's ab. So langsam tut sich's. Bei dem einen sagt er schon der Lamm da oben. Also da oben, wo das kühl ist. Da bei dem Kran da. Beim Kran da. Beim Kran da guckst du. Und wo. Der erste Kran ist schon bei dem Bewegung. Der erste Kran zeigt der Lamm, ja. Und hier. Und hier. Hier aber auch zacken. Ja, also jetzt geht's weg. Jetzt trinkt's rein. So Leute, es geht weiter. Ich hab mich jetzt ein bisschen anders gekleidet. Das hat Bumms dahinter jetzt. Leute, das hat so einen Bumms dahinter. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich fahr' mir grad schon wieder richtig in die Sau. Jetzt ist es gar nichts. Da kommt richtig Fahrt auf jetzt. Aber Leute, guckt euch das an. Das ist doch nicht mehr normal. Ja. 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 Dann schon. Das sind jetzt 60. Noch nicht 60. Das war kurzzeitig 60. Nein. Soll auch glaub ich nicht mehr werden. Der ist noch nicht genau übung, sonst wird sofort blitzen. Das donnert schon. Der ist richtig da. Jetzt. Das macht ja schon die ganze Zeit. Das macht ja schon die ganze Zeit. 30 Sekunden. Das dauert nicht lange, dass ich genau übung war. Das sieht man schon auf meinem Video. Ich hab ja genug Videos schon zusammen. Wie oft das blitzt. Und donnert. Der ist schon längst da. Der dreht sich nur noch. Der dreht sich nur noch. Der dreht sich nur noch. Das ist jetzt wurscht. Der andere dreht sich aber auch nicht. Leute, guckt euch das an. Das ist nach vorne. Guckt euch das mal an. Die Blitze sind hastig. Nicht so viel Energie. Hä? Das hat nicht so viel Energie. Na, der klemmt fest. Entweder durch Wäuftigkeit. Ingus klemmt drinnen fest. Der dreht sich nicht kurz lang. Muss ich aufmachen. So, Leute. Komm. So, Leute. Das hat Bums. Richtig Bums. Boah. Das ist doch krass. So. Noch ist haushaltbar. Jetzt haut es natürlich runter. Jetzt haut es richtig runter. So. So. 구ödt. from. Das ist doch bloß Vater. Eben. Das ist ja eben wie da. Die Faceldrehen sind. Ja, ist ordentlich Wind. Das sehe ich an dem, was da drin ist. Boah, auch immer. Wie leck ist hier Kanonenrohr durch das! Gleich kommt's! Wie die Sau? Gleich! Der Rohnsau? Ja! Das kommt noch stärker! Der Rohnsau, ja! Der Rohnsau, ja! Der Rohnsau, ja! Bei uns geht's nicht egal! Schau mal, da sind zwei so Geiste hier in der Zinn! Du siehst, wie sich der Kran bewegt, krass! Der geht immer mit dem Windpisch, wenn man den kriegt! Boah! Schau, Selina! Geht ganz schön ab! Boah, weg! Jetzt wird's massiert! Und mir nicht! Mir nicht! Noch bin ich geschützt! Genau! Boah! Bei dir genau! Schau mal bei der Selina! Boah! Hier, bei der Selina! So geht's auch ab! Ja, schau! Bei der Selina! Jetzt geht's stärker bei uns! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Das war schon 80! Das waren schon 80! Ganz kurz, ja! Das war ja harmlos! Von den Tropfen! Das war harmlos! Ich rede von den Tropfen! Von den Tropfen! Der Wind war harmlos! Der ist ja ähnlich wie bei, wenn du mit dem Wasserfond triffst! Wir haben halt die Neustellen zurück und warten bis fertig! Jetzt bin ich zu wild! Nass war nicht verfallen! Und ich hab's drauf! Der Sonne doch! Ich mach mich jetzt wieder nochmal vor! Alles klar! Leute, ihr seht doch, wie sie es kamen war, ne? Ich hab's jetzt jedes Mal gesehen! Die Teile drehen sich in den Windstuhl! Die anderen kommen wahrscheinlich nicht! Aber er nutzt ja das! Der erste gefällt ja auch, dass er da steht! Der Kram! Der steht da auf dem anderen drauf, ja! Und dann wird's nicht mehr lustig! So ein guter Moment! Für so einen Hasen! Ja, den Zacken haben wir jetzt leider nicht drauf gekriegt! Auf der Seite! Also Leute, von dem Kram fehlt da drüben echt nicht mehr viel! Und dann fliegt's um! Äh! Na? Na? Na… Inны Moment! Der anstößt! Das ist besser. Das ist krass, das ist doch nur noch krank. Na gut Leute, dann sehen wir uns gleich im nächsten Video.